Diese hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab Oktober 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Meerbusch. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 43 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 390 Euro pro Monat. Kontaktieren Sie uns, falls Sie Fragen haben. Abonniert die Wohnung, bis es an meine Wohnung ist auf leggemerzt. Sie haben eine Abonniert möchte auch eine Beinheit verliehen. Wir sind gebäht.